Musik Willkommen auf der Webseite des Netzwerks AGQ. Das Netzwerk AGQ dient dazu, Kontakt seitens der Schüler und Schülerinnen zu den regionalen Betrieben und Unternehmen herzustellen, sie somit auf das spätere Berufsleben vorzubeleuten. Des Weiteren präsentieren sich Unternehmen auf dieser Webseite. Auf der linken Seite finden Sie verschiedene Unterpunkte. Hier finden Sie aktuelle News sowie bevorstehende Veranstaltungen für Schüler und Schülerinnen sowie Unternehmensvertreter. Unter dem Punkt Schüler finden Sie spezielle Informationen für Schüler und Schülerinnen, die zur Orientierung für den späteren Werdegang helfen sollen. Zum Beispiel können Infos zur Studien- und Berufswahl angeklickt werden. Hier sehen Sie verschiedene Ausarbeitungen von Schülern und Schülerinnen zu verschiedenen Themen, die geöffnet und gedownloadet werden können. Beispielsweise eine Powerpoint-Präsentation zu dem Thema Auslandsjahr oder eine Powerpoint-Präsentation zu dem Thema Manuale Studium. Unter dem Punkt Unternehmen sind unter anderem Profile aller sich im Netzwerk befüllten Unternehmen aus der Region aufgelöstet. Durch Anklicken werden diese in Kurz vorgestellt. Außerdem werden die Möglichkeiten für Schüler und Schülerinnen in jedem einzelnen Betrieb genannt, wie zum Beispiel die Absorbierung eines Publikums oder Ferienkurs. Unter dem Punkt Eltern erfahren Sie diese Möglichkeiten für Ihre Kinder und können sich an die aufgelisteten Ansprechpartner erinnern. Unter dem Punkt Archiv finden Sie Pressemitteilungen zum Netzwerk ab. Bei Fragen steht Ihnen das Netzwerkteam gerne zur Verfügung. Einfach das Kontaktformular anklicken und los geht's! !